das auto ja es ist ein traum wunderschön so wasser ich sehe halt nicht oh gott gerade so was machst du gerne was macht dieses auto mit mir nein du sollst nicht nein nein du sollst es nicht ob der arzt nötig ich glaube auto ist putt naja hast du glück ich würde sagen schaut mies gut aus ja diese not geil ich habe diese verunfug auch nix überhaupt nicht habe einen finger gucken oh nein da ist noch so ein auto wie ist jetzt dadurch egal ich frage einfach nicht mehr nicht hinterfragen ja jetzt stehst du nicht mehr sie ist durch das netz geschwungen und durch das auto durch alter nicht wunderbar eigentlich ist mir keiner mehr im weg we have no chance Das war's. diese lache kein tod ist nah die elie ist jetzt da aus dieses auto in die werkstatt bringen also meine nicht werkstatt garage was wegen des auftrages nicht zur verfügung ich hasse dieses spiel gerade bitte hier bitte ich fühl's richtig ich kann das verstehen ist so geil so mini mini monster truck okay let's go aber wir nehmen mein auto okay das kann man nicht kaputt Die Wegmarkierung ist manchmal echt verwirrend. Ich spreng sie eben in das Auto, wenn das Gitter in der Tür ist, weil sie es kann. Sie ist durchgeflutscht, die Feuer eingeseift. Was zur Hölle? Ja, ich versuch's ja, das sind zu enge Straßen. Irgendwie ist ein dehnbarer Begriff, hab ich gehört. Ach so, Drive-In, ich hab's nicht gelesen gerade. Drive-In mit dem Auto? Ja, ich hab's nicht gelesen. Ja, ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen, ich hab's nicht gelesen. Das Auto wär sehr praktisch im Alltag. Ich hab's nicht gelesen. Ja, ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Ich habe einen alten. Ich habe nie einen als Kind. Ich habe einen als Kind. Es kam aus als ich in der Pfosten. Also, ich weiß. Oh, genau. Ich hab's dir einen Mecha-Burger. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Spaß haben. Was ist das letzte Mal? Wir holen meinen Mechaburger. Hey, mein Freund hier braucht ein Chicken Kid's Meal mit einem Mechaburger, in Purple. Es ist schon vorbei, Leute. Ich hätte das ja auch nicht tun sollen. Das Auto ist jetzt komplett Matsche. Was ist das? 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 Das war eh klar, dass das verbuggt ist. Jetzt ist aber mein Auto wahrscheinlich weg. Dein! Du, der Auto! Oh, ich werde sie da finden. Mein Auto! Was ist das? Was ist das? Ich habe das. Der Auto! Ich habe das, was ich dabei. Die Auto! Das ist ein Witz. Die Auto! Es ist so cool, dass du das für mich machst. der boden hatte nichts getan okay der boden hat er nichts getan ein wunder warum das mission verkackt ist ich habe das das auto ist aber auch mal ich linke mich mal irgendwas ist mit der achse die chinese attacke playlist er will der lieblingssong aus dem spiel ist ja schön ich kann nichts abspielen als die mca und wir haben gefurzert nein es funktioniert hat alles nicht die nachrichten kann ich mir anhören das heißt halt alles die mca das haben die doof gemacht networking beginnen wir mit ein paar geschäftlichen vorhaben hey eli what's up i hereby invite you to the inaugural meeting of the saints board of directors oh uh that sounds pretty corporate structurey we're gonna be donuts on my way okay so we got the name we got the home base we got the logo so that means next step is to find people that can shoot guns no uh so that means next step is to make connections with people that can shoot come on man we want this thing to be more than a street gang we want to be an organization an institution and that means we need to have our fingers and more pies you got an idea where to start as a matter of fact i do alles klar keks ist ja immer nach oben ohne steht anschein drauf oder ist zu warm ich will was von dir ich werde mein auto schon vermissen ich werde sie wir aus wenn wir in jetzt wir in in ruhig doch bitte niemals niemals die hat mich angefahren ich glaube du verwechst es was chloe ergeblich zum park so how are these panteros fucking with our business you name it undercutting costs scaring off herrücken wir einfach mein motorrad das geht ja mal gar nicht nur ich darf von hinten berühren was der hell ist das denn what the fuck was ist da gerade passiert alter was war das scheiße beine gerade ich glaube das macht gleich jemanden clip dann könnte es euch noch mal anschauen ich weiß nicht wie das passiert ist aber es war gut ich glaube ich mache schon okay sehr gut ich habe auch sehr schön war okay doppelt hält besser ich habe auch ich drehe die ganze zeit weil ich so viel lache uiuiui ähm ja noch ein clip war echt wild das war wirklich wenn die kontaktlinse wenigstens gut befeuchtet ich habe eher das gefühl das geht eher raus als um die kontaktlinse rum die flüssigkeit dann ist gesund lang ist gesund ja ist es auch nach in letzter zeit zu wenig das stimmt guck mal der wild ist auch probieren das habt ihr gesehen das ist ein schönes auto schönes auto also ich muss sagen das mit dem motorrad ist jetzt auf jeden fall mein lieblings clip die lieblings szene was hier passiert ist jim rob's garage is off limits show your face there again show your face there again you're dead the old man sent you if you mess with jr you mess with us ich würde probieren ob das immer klappt ja eigentlich hast du recht um zu sehen ob das jetzt irgendwie verbuggt war oder ob man das wirklich immer machen kann stimmt schon wenn ich ein motorrad finde dann das hat mich aber gerade wirklich gekillt das ist das schöne am spiel hier passieren einfach sachen wo du denkst wie wieso und weshalb und das ist das schöne daran platin dwarf dankeschön für den foto und halb ich ihn habe ich ja schon im chat einen wunderschönen guten spät ist es guten abend 22 uhr gleich was die zeiten dahin lisa ja wohin zwischen fünf stunden dran für die zeit vergeht da ja wo da ich schlag dich gleich dafür nicht ich hasse das hier ok ich hau ab ein blieb hier also motorräder was zur hölle ist das hier ach guck mal das leuchtet mein erstes deko was meine erste deko die ich alleine gefunden habe ist ein schweinchen mit einem zauberhut also magierhut einkaufen was gibt es ein schönes hier ja ok es hat mich überzeugt es hat mich überzeugt zauberhut das steht ja eigentlich voll alles alles kaufen was ich mir leisten kann na gut wir sind ja auch ein kleines schweinchen ein kleines ferkel wir du na ihr auch ja das innere zögern noch und der kampf in der sekunde kurz vorm kauf der schweinemaske wach ich fühle dich eh die es ist halt will ich das haben oder nicht cool ist es aber auch irgendwie nicht diese zweisterspalt ja wir sind lieb und unschuldig Wee! Happy birthday. Fun times. Oh nein. Oh nein. Ich habe jetzt die große Version davon. You can't take all of us! I'm gonna light you up! Oh. Oh! Oh! Hehehehehehe. Oh! 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 Tell Sergio Jim Robb's garage is under the saint's protection. Y'know? DJ Pon? Inte every two. Ich nicht. Ich nicht. Oh. You gotta get back here. Derrick and his crew just rolled up on me. This is what you get for fighting back Old man! You get off of my land. Fuck! Better hurry. Ignoring that way. Wenn ich hier rauskomme. So jedenfalls nicht. Dann gehen wir doch in die andere Richtung. Oh, na ja. War schön mit dir. Ich hätte den anderen nehmen sollen. Der ist noch gut. Scheiße. Ist nicht schlimm. Ganz ruhig. Diese fritzende arme Frau, weil die sich am Automaten was leckeres holt und ich hab nix. Die Nase kitzelt auf einmal so doll. Oh Gott. Hier kann man irgendwann ein Foto machen. Soll ich schnell die Federn weg? Ja, bitte. Blazer Cowboy. Baby, Dantic. Dantic, du hast sehr krasse Sachen verpasst. Scheiße, der ist so schnell. Was? Wie? Was? Wie hat er es gemacht? It's magic. It's magic oder was? Yes. Was?